Heimat Heimat Ein Haus, Apartment oder ein anderer Zufluchtsort eines Menschen. Ein Gefühl, das man nur selbst wahrnimmt und selbst entfalten kann. Wo man lebt, lacht, lernt und liebt. Wo sich Menschen versammeln, um das Leben zu feiern. Und sich unvergessliche Erinnerungen festsetzen. Wo man seine Freunde vorfindet und neue trifft. Für uns ist Schule Heimat. Es ist eine neue Schule. Die Schule ist unser Haus. Ein Haus, das uns liebt. erscheint. Ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Ein Ort, an dem man wächst und aufwächst. Eine helfende Hand, die uns Gelegenheiten bietet, unser Wissen zu erweitern und unser volles Potenzial zu entfalten, mit besonderem Schwerpunkt auf Sprachen. Denn Sprachen gehören zum Charakter eines Menschen und bilden die Archive der Geschichte. Somit ist Sprache ebenso Heimat. Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne kommt. Wo du weg willst, wenn du älter wirst und zurück willst, wenn du alt bist, das ist Heimat. Denn für uns ist unser Gymnasium weitaus mehr als ein Ort oder ein Gebäude. Es ist unser Zuhause. Es ist unsere Heimat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020